Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Sind Sie schon mal hingefallen? Bestimmt, oder? Und ich hoffe mal, es ist damals nichts Schlimmes passiert, es gab nur eine Prellung oder eine Abschürfung, aber vielleicht war ja auch der Knochen betroffen und Sie mussten zu einem Unfallchirurgen. Mittlerweile sagen Unfallchirurgen, dass ihre Patienten im Schnitt immer älter werden. Bei mir ist Dr. Thorsten Krüppe, ist Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie am Asklepios Klinikum Harburg. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Krüppe. Ja, danke für die Einladung. Sie sagen ja auch, zwei Drittel Ihrer Patienten sind älter als 50 Jahre. Warum das denn? Ja, die Bevölkerung ist auch in Harburg überaltert. Die Leute werden immer älter. Die Verletzungen nehmen zu im Alter. Die Leute sind, wenn sie älter werden, nicht mehr so kontrolliert. Und es führen leider auch schon einfache Stürze zu doch schwerwiegenden Verletzungen. Sind das Gebrechlichkeiten, die dann zu Ihnen kommen? Oder geht es auch um Sport? Sport ist eher weniger, wobei diese Gruppe der älteren Menschen ist natürlich sehr gemischt. Es gibt einmal die fitten älteren Menschen, die bis 75, 80 Jahre Sport machen, die teilweise sogar die jungen Leute vom Tennisplatz fegen noch. Solche Leute gibt es natürlich. Aber auch da muss man eben bemerken, trotzdem sie so sportlich und aktiv sind, die Körperfunktion nehmen langsam ab im Alter. Und auch dort ist es so, die Substanz, die die Leute zur Verfügung haben, ist leider eben trotzdem 70, 80 Jahre alt. Und das heißt auch, banale Verletzungen, Stürze, dass man nur mal sozusagen auf den Po fällt oder stolpert, führen dann doch schon zu schwereren Verletzungen. Ja, was die sicherlich nicht so gerne hören wahrscheinlich. Natürlich nicht. Womit kommen denn die Patienten insgesamt? Was für Bilder sehen Sie da? Überwiegend haben wir Patienten, die wirklich dann zu den Älteren gehören. Diese älteren Menschen sind also noch deutlich jenseits der 70, 75 Jahre. Die häufigste Verletzung bei eigentlich allen Menschen sind Handgelenkbrüche. Bei jungen Leuten ist das nicht so tragisch. Da machen wir einen Gips rum und können die für vier bis sechs Wochen ruhig stellen. Bei älteren Leuten sind es dann auch leider komplexere Brüche, Trümmerbrüche, weil die Knochensubstanz schlecht ist. Und die können wir natürlich nicht sechs Wochen im Gips behandeln, weil einmal ist eine gewisse Fehlstellung da und dann verheilen die auch in Fehlstellungen. Außerdem heilen sie sehr langsam nur. Und ein älterer Mensch ist natürlich sofort gehandicapt, wenn man ihm sozusagen sechs oder acht Wochen einen Gips verpasst. Er kann sich nicht pflegen. Er ist sozusagen aus seiner täglichen Routine heraus. Ja, genau. Wie sich das nachher auswirkt, diese Verletzungen, darüber wollte ich gleich mit Ihnen sprechen, erst noch einmal, um sich vorzustellen, womit man zu Ihnen kommen kann. Also Handgelenkbrüche haben Sie gesagt. Was noch? Wahrscheinlich Wirbelkörper oder so? Ja, also Handgelenkbrüche, dann bleiben wir bei den Armen. Meistens Oberarmbrüche, auch typische Verletzungen, schulternahe Brüche des älteren Menschen, weil auch dort eben der Mineralgehalt des Knochens deutlich abgenommen hat. Und dann natürlich die mit die größte Gruppe auch die hüftgelenknahen Brüche oder die sogenannten Schenkelhalsbrüche und zusätzlich die Brüche an der Wirbelsäule. Da haben wir, da sind oft keine wirklich großen Stürze oder Verletzungen vorausgegangen. Die älteren Menschen haben irgendwas angehoben oder sind mal etwas auf den Po geplumpst, muss man so lapidar sagen. Und schon haben sie, weil die Mineralsubstanz im Knochen sehr abgenommen hat, schon haben sie dort Brüche. Und die sind erheblich schmerzhaft und sie sind erheblich mobilitätseinschränkend. Ja, Sie deuteten das ja schon an. Also die Knochen sind dünner, die Heilung dauert länger, das hatten Sie ja eben auch schon gesagt. Um Sie das nochmal genauer vorzustellen, was ist der Unterschied zwischen Alt und Jung mit, ich sag mal, mit dem gleichen Bruch? Ja, mit dem gleichen Bruch. Also einen jungen Menschen können wir oft auch eine Therapiemöglichkeit anbieten, dass wir einen jungen Menschen zum Beispiel über längere Zeit ruhigstellen mit einem Gips, mit einem Korsett, mit ähnlichen Hilfsmitteln. Bei einem alten Menschen ist jeder Tag, den er im Bett verbringt oder jeden Tag, den er nicht seine gewöhnliche Routine machen kann, wirklich nicht zuletzt auch tödlich. Ja, weil der Kreislauf instabiler ist. Der Kreislauf ist instabil, der Mineralgehalt der Knochen ist schlecht, alle Körperfunktionen sind deutlich geringer, der Muskelmantel ist schlecht ausgeprägt. Und was wir nicht vergessen dürfen, die Krankenkassen haben vor kurzem erst eine Untersuchung gemacht, dass es langweilig sie hier bezahlen. Aber dass eben 60 Prozent der Patienten, die über 65 sind, schon vier verschiedene Erkrankungen zusätzlich mitbringen. Meistens ist es der hohe Blutdruck, dann sind es Stoffwechselerkrankungen, Zuckerkrankheit, Verschleiß in den Gelenken und eben auch banal, aber eben solche chronischen Rückenschmerzen. Und die deuten auch schon wieder darauf hin, dass eben Muskelmantel und auch Knochen sozusagen schlecht sind. Naja, und dann schlucken die wahrscheinlich auch schon diverse Medikamente auf, die man dann noch aufpassen muss, wenn man operiert. Was heißt denn das dann für die Folgen der Behandlung? Da muss man ja dann offenbar einen ganz anderen Ansatz verfolgen. Ja, also unser Ansatz ist vielschichtig und unser Ansatz fängt eigentlich in der Notaufnahme an, wenn wir den Patienten sehen. Wir müssen ihn dann im Grunde genommen nicht nur das kalendarische Alter einschätzen, sondern eben auch seinen übrigen körperlichen Zustand und auch seinen mentalen Zustand mit einschätzen. Und wir haben das Glück bei uns, dass wir eben eine gute geriatrische Abteilung haben. Diese geriatrische Abteilung behandelt halt ältere Menschen und die kennen sich halt mit diesem Spektrum und vor allen Dingen auch mit dem Krankheitsbild, das eben sehr viele ältere Menschen mitbringen aus. Und im Grunde genommen machen wir eine Behandlung Hand in Hand. Wir machen unseren chirurgischen Part und danach erfolgt dann auch die weitere Behandlung oder Mitbehandlung durch den Facharzt, der sich eben mit diesen älteren Menschen und den Krankheiten des älteren Menschen gut auskennt. Ja, was ist denn das Ziel Ihrer Behandlung? Unser Ziel ist eigentlich, dass die Menschen, die zu uns können, im Grunde genommen, wenn sie operiert werden müssen, am nächsten Tag sofort wieder aufstehen können, sofort aus dem Bett gehen können, so viel wie möglich schnell in die Selbstständigkeit zurück können und so wenig wie möglich auf fremde Hilfe angewiesen sind. Ah ja, auch nach Hause können, wieder zu Hause wohnen können. Dann auch nach Hause können. Und wir versuchen eben mit den verschiedenen Berufsgruppen, mit den Fachärzten für die älteren Menschen, den Geriatern, aber vor allen Dingen auch mit der Krankengymnastik und mit unserem wirklich sehr guten Pflegeteam, diese Menschen dort zu unterstützen und schnellstmöglich wieder in ihre alte Umgebung zurückbringen zu können. Das ist wichtig. Und was heißt das jetzt für die praktische Behandlung? Also eben sagten Sie ja schon, beim jungen Menschen, da macht man ein Gipsbein. Ja, beim jungen Menschen haben wir auch Zeit, muss man sagen. Bei älteren Menschen haben wir keine Zeit, weil jede Stunde, die er eben im Bett verbringt, ist schlecht für ihn. Und deswegen ist es so, dass wir also, wenn möglich, die älteren Menschen schnellstmöglich versorgen. Das heißt also, wenn möglich, innerhalb von sechs Stunden und wenn es nicht anders geht, wegen bestimmten Medikamenten, dann innerhalb von zwölf Stunden. Wir versuchen eben die Rechnung zu tragen, dass die Knochenqualität schlecht ist bei älteren Menschen und auch der Muskelmantel. Und deswegen, genau, das zeige ich Ihnen auch gleich noch. Auf jeden Fall müssen wir eben versuchen, kleine Schnitte zu machen in die Haut. Schlagwort minimalinvasiv. Das bedeutet eben, dass wir muskelschonend arbeiten und dass wir auch schmerzarm arbeiten. Und das Zweite ist, dass wir Implantate benutzen. Wir haben hier einige zur Auswahl, die eben sehr ausgelegt sind auf den alten Menschen. Das heißt Implantate, die kräftig sind, die so kräftig sind, dass der alte Mensch darauf wieder laufen kann sofort oder dass der alte Mensch sofort seine Schulter wieder bewegen kann. Und dass diese Implantate eben auch sich nicht schnell auslockern, sondern stabil im Knochen bleiben und Knochensubstanz auch ersetzen teilweise. Spannend ist ja, Knochensubstanz ersetzen, das wäre ja dann das hier zum Beispiel. Genau. Wir haben hier verschiedene Teile, hatte ich Ihnen mitgebracht. Das ist ein sogenanntes künstliches Hüftgelenk. Das setzt man ein bei sogenannten Schenkelhalsbrüchen. Wir sind jetzt hier am Oberschenkelknochen bei Schenkelhalsbrüchen. Das heißt, hier in diesem Bereich ist der Bruch zu finden. Durch eine schlechte Durchblutung und durch eine schlechte Stabilität können wir hier eigentlich nur für den Patienten schnellstmöglich ihn wieder zum Laufen zu bringen, indem wir ein künstliches Hüftgelenk einbauen. So sieht das ohne Zement aus und wir füllen im Grunde genommen Zement in den fast schon hohlen Oberschenkelknochen und stecken dann diese Prothese ein und diese Prothese verklebt im Grunde genommen mit dem Knochen und man kann sie wirklich am nächsten Tag, kann der Patient wieder darauf laufen und ist auch sehr schmerzarm. Dasselbe haben wir, wenn die Brüche etwas unterhalb sind am Oberschenkel, dort in diesem Bereich sind, ich zeige es Ihnen nochmal an diesem Knochen hier, also hier in diesem Bereich oder in diesem Bereich, dann können wir Hüftgelenk erhaltend operieren. Dafür haben wir Nägelsysteme. Ich habe Ihnen hier mal eins mitgebracht. Das hat eine bestimmte Nut. Das sieht so aus. Der Nagel wird durch ganz kleine Schnitte am Oberschenkel eingebracht. Vorher bohrt man den Knochen etwas auf und richtet den Bruch wieder ein. Dann wird der Nagel eingeschoben und dann über einen weiteren Schnitt können wir dann den Nagel sozusagen stabilisieren mit einer dicken Schraube. Diese dicke Schraube geht dann in den sogenannten Schenkelhals und in den Hüftkopf, natürlich nicht darüber hinaus. Und das Tolle an diesen Sachen, was die Industrie uns auch an die Hand gegeben hat, ist eben auch hier können wir über diesen Nagel und diese Schraube oder Klinge, die wir haben, die hat so kleine Löcher. Und wir können von außen Zement durch diese Löcher füllen und dieser Zement wird sich dann in den Hüftkopf, innen drin, wird sich der Hüftkopf befüllen und er befüllt sozusagen diesen Hohlraum. Weil der ältere Mensch hat eben nur noch ganz wenig Knochensubstanz. Diese kleinen Knochenbäckchen bei sogenannter Osteoporose, das ist ja weitläufig bekannt. Ja, aber auch ohne die nimmt ja die Knochendichte ab, glaube ich. Genau. Und dadurch haben wir eine sehr gute Abstützung. Und auch mit diesem Nagelsystem können die Leute sofort am nächsten Tag, beziehungsweise wenn sie aus der Narkose aufwachen, könnten sie eben sofort wieder drauf rumlaufen und sind stabil versorgt. Und das ist unser Ziel. Und was ist das hier? Genau, dasselbe System, etwas anders konfiguriert haben wir bei den sehr häufigen Oberarmbrüchen. Diese Oberarmbrüche sind oft im Bereich der, langläufig genannt, im Bereich der Kugel, im Bereich der Schulter. Das Schultergelenk ist hier, hier ist dieser Oberarmkopf. Und auch der Oberarmkopf ist leider hohl, der hat keine Knochensubstanz mehr. Und wir setzen von außen, nachdem wir den Bruch wieder eingestellt haben und eingerenkt haben, ein Plattensystem an. Das wird von außen angesetzt. Die Schrauben schrauben wir in diesen Oberarmkopf. Und auch die Schrauben haben ein System, die sind am Ende hohl und haben an den Seiten so ganz kleine Löcher. Und auch über diese Löcher können wir Zement einfüllen. Und auch dieses System, es ist einerseits ein Gerüst, man sieht hier sehr, sehr viele Schrauben, das innen drin diesen Kopf aussteift und wie ein Gerüst von innen auskleidet. Und zusätzlich können wir eben dieses Gerüst befüllen mit Zement. Und im Gegensatz zu jüngeren Menschen bleibt ja dann dieses Implantat auch im Körper. Genau, das können wir im Körper lassen. Das stört in dem Sinne nicht im Körper. Auch bei jüngeren Leuten kann man überlegen, ob man das im Körper lässt oder nicht. Das sind überwiegend Titanimplantate. Bei jüngeren Leuten würden wir allerdings, weil es kann ja immer mal was sein am Knochen, doch die Implantate wieder herausnehmen. Bei älteren Leuten würden wir allein wegen der Stabilität und der zusätzlichen Stabilität, die sie jetzt haben, diese Implantate drin lassen. Ja, kommen wir zum Schluss gerade noch zu den Wirbelkörpern, denn es kommt ja auch vor, dass der Wirbelkörper bricht. Genau, also auch der Wirbelkörper kann schon durch ein Anheben oder auch durch ein einfach auf den Fußboden plumpsen sozusagen zusammengedrückt werden. Der Wirbelkörper hat eine Deckplatte und Bodenplatte und es gibt ja ganz viele im Körper. Und die stauchen im Grunde genommen ein und diese Einstauchung macht erhebliche Schmerzen. Und diese Schmerzen übertragen sich dann so auf den Körper, dass die Patienten sich ins Bett legen oder sie können nicht mehr aufstehen. Und was wir machen, wir holen uns die Patienten, die werden zu uns gebracht. Wir können durch ganz kleine Schnitte in diesen Wirbelkörper kleine Röhrchen einlegen und diesen Wirbelkörper einerseits wieder in die richtige Form bringen, indem wir dort Ballons aufpumpen. Das kann man sich schlicht vorstellen, aber das funktioniert eigentlich ganz toll. Also, dass man einen Ballon im Grunde genommen aufbläst und mit diesem Ballon wie ein Wagenheber im Grunde genommen die Decke und die Bodenplatte von diesem Wirbelkörper, also hier unten und hier oben, wieder in Form bringen. Danach hätte man natürlich einen Hohlraum, das ist klar, weil dieser Ballon, wenn man ihn wieder rausnimmt, ist im Grunde genommen diese Höhle verblieben. Und bei diesem Hohlkörper würden wir dann auch wieder über diese kleinen Röhrchen Zement einfüllen. Und hier sieht man mal ein Modell, wo man vorher diese Ballons aufgefüllt hat mit Luft. Danach nimmt man die Ballons wieder heraus und dann füllt man diesen Hohlraum mit Zement. Und das bedeutet auch wiederum für den Patienten, er kann sofort am nächsten Tag aufstehen. Er muss nicht, so wie wir es früher gemacht haben, mit einem Korsett rumlaufen. Dieses Korsett steht meistens auf dem Nachttisch in der Ecke oder sonst was. Er trägt es nicht, er kann es auch nicht alleine anziehen. Und er ist vor allen Dingen sehr schnell schmerzarm, das muss man auch sagen. Also, das ist eine tolle Sache, was wir auch mit der Industrie und von der Industrie zur Verfügung haben für den alten Menschen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die spannenden Informationen über die OP-Methoden, die Sie haben. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com-nachtvorlesung oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017